Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Rengeratens. Wir starten einfach mal direkt rein. Vielleicht können wir ja unsere 5 Sterne von gestern sogar übertreffen. Ich glaube da nicht ganz dran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Du hast das, KC. Ich weiß nicht, es könnte KC, es könnte 4, es könnte irgendwo sein. Pusche. Oh, Nades, was macht das für dich? Du könntest lieber einfach A. Okay, keine Nades mehr. Stopp, stopp! Er könnte irgendwo sein. Auch, er könnte AFK sein, aber ich weiß nicht. Oh mein Gott, KC Kloch! Ich finde es übrigens richtig schön, dass er sich die AK noch in Maiten mitgenommen hat. Ich wäre bei Aave safe geblieben. Und die Kommentare von den Maits sind auch gut. Die Smoke war da ein bisschen verkackt. Aber egal. Ich sag aber, so krass war das nicht. Easy. Guck mal, wir haben die Streaks schon mal aufrechterhalten. Ey, der hat ganz schön Eier. The Mate wurde hier gerade geholt und der schießt doch ganz fröhlich ab. Und was macht er? Hä? Was ist das? Was ist das? Schon wieder verhastet. Oh, da kann ich doch Never Ever Global eintragen. Später nur in dem Moment, wo er den jetzt geholt hat. Und sein Mait hier getötet wurde, sollte er hier doch wahrscheinlich hier rumziehen. Und ihm eine geben. Er hat den Scout Schuss gerade abgegeben. Der braucht ein Sekündchen, bis er wieder schießen darf. Und ihn juckt es auch gar nicht. Ich meine, das war ein schöner Heady noch. Danke. 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 so und dort schon einer themas gekauft so Warwick spielt den Rechtsklick Simulator der hat gerade geültet der hat da den Doppel-Knockup gehittet das ist nicht, das ist so krass fand ich das jetzt nicht könnte Gold sein ist auch Diamond, okay mhm, auch kein Sound schön wie viel Tempo gestackt man liebt es vielleicht auch ein bisschen schlechte Items um Orn zu töten vorsinnig wundern der kein Damage macht aber egal, trotzdem schöner Triple Kill nee, das ist Gold das ist Platin, okay aber wir haben eine Streak noch easy die zwei Sterne geholt ja gut dann verabschiede ich mich von euch für heute und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Quiz haut rein tschüss 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 tschüss